so und damit herzlich willkommen zu einer neuen kritik auf diesem kanal und heute beschäftigen wir uns mit dem neuen film fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind gleich vorab ich bin kein großer freund von harry potter ich denke mal das habe ich glaube ich schon mal in meiner vorfreude auf das dritte quartal auf das vierte quartal gesagt da wo ich fantastische tierwesen mit reingenommen habe und wie gesagt ich bin so nicht wirklich ein freund von harry potter ich habe auch nur die ersten zwei teile gesehen muss ich dazu sagen ich glaube von vom dritten teil habe ich nur mal im fernsehen paar ausschnitte gesehen aber sonst sind so die ganze zeit eigentlich diese harry potter filme leider gottes an mir vorbeigegangen und dennoch habe ich mir aber überlegt mir mal fantastische tierwesen anzugucken weil es ja die vorgeschichte von harry potter erzählen soll und ich fand vom handlungsstrang her fantastische tierwesen also jetzt was ich mir vor dem film durchgelesen habe jetzt nicht direkt im film also als ich mir angesehen habe sondern davor den fand ich relativ interessant und ich bin auch so ein relativ freund von eddie redmayne das heißt ich sehe den relativ gerne ich fand den die performance beispielsweise in the danish girl fand ich gut ja war ausbaufähig kein vergleich zum beispiel in die entdeckung der unendlichkeit wo er den oscar ja auch für bekommen hat aber ich glaube dass eddie redmayne noch einige große rollen an land ziehen wird denn der ist jetzt so ein bisschen aufsteigend in der welt sage ich jetzt mal und ich sehe den relativ gerne und vor allem auch in fantastische tierwesen das kann ich jetzt auf jeden fall schon mal so sagen eddie redmayne hat mich überzeugt auf jeden fall aber auch hier muss ich genauso sagen wie in the danish girl es ist ausbaufähig ja da ist noch mehr drin auf jeden fall da ist sehr viel noch zu holen also das war gut ja aber es hat halt nicht für sehr gut oder für perfekt gereicht ja und wo wir dann schon mal bei diesem thema sind ich will diese kritik zu fantastische tierwesen jetzt wirklich nicht lange es nicht ins unendliche erzählen weil ich halt nicht viel zu harry potter erzählen kann und auch noch nicht so viel zu fantastische tierwesen weil ja man muss die ganzen charaktere jetzt erstmal noch mal so kennenlernen und was ich allerdings sagen muss fantastische tierwesen war so ein bisschen für mich wie doctor strange story mäßig kann man das auf jeden fall noch verbessern also sprich das war ausbaufähig ja so eine richtig große handlung hatte der film jetzt meines erachtens immer noch meines erachtens ja man muss es immer sagen das habe ich so gesehen hatte der film nicht wirklich aber er wurde gut erzählt fand ich wieder ja das genau dasselbe wir hatten hier in diesem film nicht wirklich einen antagonisten sage ich jetzt mal ja der hat hier so ein bisschen gefehlt gut colin farrells rolle war dann doch so ein bisschen mehr so zur dunklen seite hingezogen klingt jetzt ein bisschen blöd aber auch das war jetzt nicht wirklich das wahre was man sich erhofft hat das war so etwas wie doctor strange halt auch da war es ja auch so ein bisschen wo du gedacht hast ja man hätte jetzt auf jeden fall noch den bösewichten ein bisschen mehr ausarbeiten können so von der von der von der optik her von den visuellen effekten von diesen ganzen unterschiedlichen tierwesen die fand ich relativ gut umgesetzt muss ich sagen also diese die fantastischen tierwesen ich habe die bücher natürlich auch nie gelesen zu fantastische tierwesen oder eben zu harry potter die fand ich allesamt relativ lustig die hatten immer mal so ein bisschen was so immer so unterschiedliche mischungen sage ich jetzt mal also so ein bisschen was vereint dann mal wieder so das wo du gesagt hast ja gut das sieht eher aus wie ein maulwurf oder wie eine kuh beispielsweise oder wie ein bulle aber das dann halt doch wieder so ein bisschen anders wie sagt man das ein bisschen um strukturiert sage ich jetzt mal und einige sagen halt auch wirklich relativ genial ist zum beispiel dieser donnervogel wie hieß der im film frank ist er glaube ich die fand ich hammer geil also wirklich das war richtig genial umgesetzt muss ich sagen und so an sich kann man sagen ja ich freue mich auf fantastische tierwesen 2 das kann ich auf jeden fall sagen also es war es war an sich ein guter film muss man sagen aber mit viel viel potenzial noch nach oben also das ganze potenzial hat man hier jetzt nicht verschenkt sage ich jetzt mal man kann das auf jeden fall noch besser gestalten ja man kann noch viel weiter nach oben arbeiten man kann den bösewichten der ja achtung spoiler von johnny depp in den nächsten teilen glaube ich gespielt wird der ich hoffe dass der noch interessanter rüberkommt als das in diesem film kam ja johnny depp wird ein auftritt haben ich will aber natürlich nicht erzählen wo das genau ist und zu fantastische tierwesen ist ja bereits schon 2018 ein zweiter teil angekündigt und das sollen ja wohl noch zu dem ersten teil vier weitere folgen ja heißt fünf filme insgesamt 2018 wird der zweite dazu kommen ich werde mir den auf jeden fall angucken weil ich fand fantastische tierwesen wirklich relativ gut viel viel ist aber auf jeden fall noch nach oben möglich und damit gibt es am ende auch gute durchschnittliche sieben von zehn möglichen punkten für den film ich bedanke mich dass euch diesen film dass ihr euch diese kritik angesehen habt und kann euch auf jeden fall nur empfehlen diesen film auf jeden fall im kino zu sehen ich habe mich am ende ein bisschen geärgert dass ich den film nicht in 3d gesehen habe weil der hatte einige coole 3d effekte beziehungsweise sachen die man im film halt nur in 2d gesehen hat aber die in 3d bestimmt richtig genial ausgesehen hätten und damit bin ich jetzt auch raus mit der kritik wünsche euch noch einen schönen Start ins wochenende und wir hören uns nächstes mal wieder bis zum nächsten mal und ciao